Heute habe ich ein ganz besonderes Bierschmankerl und zwar das Weinstephaner Helle. Die Weinstephaner Brauerei ist ja was ganz Besonderes. Laut Urkunde haben die seit dem Jahre 1040 ein offizielles Brau- und Junkrecht und damit sind die Weinstephaner die älteste Brauerei, die heute noch im Betrieb ist. Für die Biertrinker kann man sagen, ist das ein Weltkulturerbe innerhalb der Brauereien. Warum konnten sich die so lange halten? Und zwar, die waren halt immer bemüht das Beste herzustellen. Die Mönche haben das dokumentiert, haben ihr Brauverfahren immer verbessert und die waren einfach Spitzenklasse. Im 17. Jahrhundert war dann die Säkularisation, dann ist das Benediktinerkloster säkularisiert worden und es fiel an den Bayerischen Staat. Der hat es dann weiter betrieben und mittlerweile hat es dann zu einer Versuchs- und Lehranstalt gemacht und die Brauerei gehört heute zur Technischen Universität München. Also bei Weinstephaner wird Bier auf wissenschaftlich höchstem Niveau gebraut. Das Bier Original Helles hat 5,1 Prozent Alkoholgehalt, 11,6 Prozent Stammwürze und eine halbe hat 200 Kilokalorien, also ein ordentliches Bier. Ein angenehmes Bieraroma, noch Gerste, milder Duft, leicht malzbetont. Im Andrunk frisch-malzig, schöne Bierblume, nachhaltiger Geschmack breitet sich aus im Gaumen, im ganzen Mund-Nasen-Bereich. Sehr angenehm, runder Geschmack. Eine gewisse, würde ich sagen, edle Öligkeit, also ganz was Vollmundiges, Nachhaltiges. Auch im Abgang kommt dann ganz leicht ein Hopfen raus. Also ich muss sagen, wirklich ein sehr angenehmes, helles. Sollten Sie wirklich mal probieren. Und wie gesagt, es ist flüssiges Weltkulturerbe, was Sie heute immer noch trinken können. Prost!